Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play BitTrip Runner aka, wir sind Drogenbogenmännchen und wir machen weiter bei Triumph, aber entschuldigt mich, stolz auf Sterbung hat mir vorhin einer geschrieben, ähm, ich hab schon aufgenommen, ah ok, so spät haben wir's, ähm, ich hab gedacht ich kann hier auch auf Offline gehen, das möchte ich jetzt aber hier nicht machen, soll mir egal sein, schreibt mich halt wieder irgendwer an, und wir machen weiter bei, äh, wo sind wir stehen geblieben hier, Gal Blaster, Gal Blaster, gut, mal schauen, ob ich's diesmal schaffe, ich glaub wir haben kläglich versagt das letzte Mal, hallo Meat Boy, genau, das war das, äh, na verdammt, kicken, jump, 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 oh, genau, und diesen Kristallbill, oh man, wow, bin ich nicht gerade verreckt, sah für mich gerade so aus, und jump, 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 ich glaub hier sind wir, bis hierher sind wir ungefähr gekommen, dann hab ich vergessen, oh ich muss blocken, und oh ich kann kicken, und oh ich kann blocken, und oh ich kann kicken, und oh ich kann jumpen, und oh, Feuerball, genau dieser war das, glaub ich, ja, toll, gut, ähm, weiß nicht, ich werd wahrscheinlich jetzt alles hochladen, sofern sich das alles ausgeht, mit blocken komm ich ja nicht weit, äh, ob sich das alles ausgeht, ob ich das jetzt alles, äh, heute noch hochladen kann, ob ich nicht so oft fehle, ob ich das Spiel noch durchspielen kann, ist halt die Frage, hallo Meat Boy, und äh, ja, vielleicht kann ich dann schon morgen mit meinem nächsten Projekt beginnen, wie oft spielst du jetzt noch Under Hell? Schön, dass du Under Hell spielst, aber sucht das nicht. Verdammt, eins verfehlt. Wenn ich's jetzt schaffe, und das war das einzige Stück, das ich verfehle, nein, verfehle ich lieber eins, bevor ich noch weiter rede. Kicken, jumpen, oh, 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 ja, 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 ne, oh man, was war das? Kanten-Tot-Jumper, die wollen mich unbedingt in den Kanten-Tot führen, genauso wie der hier, der wollte mich auch gerade in den Kanten-Tot führen. Ja, ein kleiner Tipp, wenn ich auf diese Trampoline springe, äh, und die Sprung-Taste gedrückt lasse, springe ich sogar noch weiter. Hallo Meat Boy. Und, äh, genau aus dem Grund sollte ich mich vielleicht darauf konzentrieren, das die ganze Zeit zu machen, damit ich dann später nicht mehr durcheinander komme. Aua. Kristallball. Crystal Ball. Und schon wieder spiele er an der Hell. Entweder ist das ein Bug von Steam, oder er startet die ganze Zeit an der Hell. Hallo Meat Boy. Ich bin schon wieder... Okay, wow, das war knapp. Jetzt wäre ich fast nicht gedrückt. Yeah. Oh Mann. Yeah. Super. Jetzt bin ich nicht gedrückt. Ah, das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Oh Gott. Failung, failung, failung. Hallo Meat Boy, wie geht's? Yeah. Und wieder zu viel. Extra. So lange kann das Level aber dann nicht mehr sein, kommt mir vor. Ich weiß nicht, wie ich das denken kann. Ah, jetzt bin ich drüber gesprungen. Jetzt bin ich so schön drüber gesprungen. Was ist jetzt los? Schalt die Kübra. Was ist jetzt los? Jetzt schleid wieder ein bisschen. Geht doch. Ein bisschen schleiden und alles ist besser wieder. So, hallo Meat Boy. Lange nicht gesehen. Extra. Den께 man zussprungen. Der persönliche Benni hat jetzt den Mund-W provider mites Problemativen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. also der anfang ist jetzt nicht mehr das problem kommt so vor habe ich sogar wirklich alles wenn ich will das jetzt nur noch die hauptaufgabe für mich den schluss wirklich zu schaffen da war ich jetzt blöd lange genug zu drücken sache jetzt sind uns die goldstücke auch schon wieder egal ich frage mich was jetzt schon wieder der endboss sein wird ich bin schon gespannt wahrscheinlich eine riesengroße ratte oder sowas oder ein auto oder eine toilette wer weiß vielleicht ist es im endeffekt dann doch eine toilette so jetzt habe ich mal richtig genutzt nein ich bin drüber gesleidet über den also ich bin nicht leider da ich bin millimeter drüber geflogen über das trampoline das ist mir egal gewesen ist eine goldstücke so jetzt aber jetzt schaffe ich das schalte küber reiß dich zusammen du nimmst jetzt so viel gold wie möglich und rennst damit komischerweise wirst du da doch nicht langsamer schalte du bleibst gleich schnell kannst kannst mit einem fuß leiden während du trittst oder sonst irgendwas und kannst hier blocken und kannst ins ziel sliden weißt du schalte über das kannst du die lang habe ich jetzt dafür gebraucht auch nur elf minuten oh gott habe ich ziemlich viel zeit verschwendet jetzt gerade ich werde aber wahrscheinlich zusammenschneiden so wie ich mich jetzt schon keine fingerpid fingerpid gingerpid hat das 8 warte was da kann ich spiel du kannst mich nicht aus tricksen ich kenne deine tricks aber bis auf den habe ich nicht gekommen sind Aber auf das falle ich nicht rein. Mach ich's halt so. Okay. Wo ist da jetzt wieder die heraus? Forderung? Da war sie. Oh, das ist interessant, dass das so funktioniert. Und jump und der und die. Ah, Mann. Da muss ich wirklich schön sliden. Sliden ist diesmal wieder Top-Aktion hier in diesem Level, wie es aussieht. So. Das eine, dann hier, dann das und dann. Knappes Sliden. Okay. Was war das? Kann ich. Okay, interessant. Goink. Ich glaube, da wollen die, dass ich herausfinde, dass das auch so funktionieren kann. Ich war abgelenkt. Ich wollte unten schauen, ob dort unten was war. Aber so funktioniert. Das ist voll der Slide-Bouncer. Slide-Bouncer. Und jump und kick und jump und slide, 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 slide. Das funktioniert alles wunderbar. Wow. Okay, ich erwarte jetzt jederzeit, dass da ein Ding von der rechten Seite kommt und mich umbringe. Okay, wieder dieselben Passagen. Extra. Extra. Die wollte ich nicht. Die wollte ich nicht. Wir haben alle und sind sogar auf Bonus-Geld. Sehr schön. Bonus-Geld. Sehr schön. Oh man, schon das erste Gold verfehlen. Okay. Okay. Pixel hat mich erwischt. Am Bein. Am linken oder rechten. Ich kann es nicht identifizieren. Leider weiß ich nicht, wenn er sich nach vorne oder nach hinten gedreht hat. Und wir sind the Gauntlet. 3-9 Das war der Teil. Das war der Teil, den ich gemeint habe. Lelelele Lelelele Lelele Lelelele Jetzt Y Öpsülen mich dochmal Haha Oke Also Das ist Mies Ja Ah, pfff, jump, slide, jump, slide, jump, slide, jump, slide, jump, slide, jump, slide, was? 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 Nein, nicht nochmal, okay. Was? Nein, 41 Gold, okay, das ist eine lange Stage. Jump, slide, jump, slide, jump, konzentriere Shottycuber, du musst die richtigen Öffnungen finden, oh, ich erkannt den Ton, du musst die richtigen, jump, slide, jump, slide, jump, slide, zu früh, 1, 2, 1, 2, 1, okay, ich muss mir einen richtigen Takt finden, damit ich hier durchkomme, 1, 2, 1, 2, jetzt komme ich da nicht einmal mehr rein, also kleiner Tipp für die Leute, die denken, ich kann einfach slide, nein, kann ich nicht, blocken, nein, kann ich nicht, kicken, Schauen wir uns auch nochmal an, nein, kann ich nicht, also Leute, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, nein, ich möchte auf mein Männchen schauen, auf mein Drogenbogenmännchen, das hilft sich überhaupt nichts, ich muss das richtige Taktgefühl finden dafür, OMG, OMG, Leute, okay, weil mir das blöde ist, wenn ich es hier noch verhaue, dann schaue ich schön dran, nein, es ist mir so egal, ich will hier durchkommen einfach, Schaltiküber will ins Ziel, was, oh, also, okay, das war unausweichlich sonst, man, haha, Gott, verdammt, das Spiel soll aufhören, mir solche Aufgaben zu stellen, ich habe Angst, erbe Angst, vor Sterbetod, ich bin froh, wenn ich dieses Level hinter mir habe, Oh Gott, nein, Kantentod, wieso tust du mir das an? Jetzt spiele ich hier Tuhu aufs 8-Bit-Version, oder wie? Bei Tuhu ist man ja auch nach einem Schlagdruck, deswegen habe ich mir das jetzt so aus den Fingern gezogen. So, wieso sind hier so viele Abwasserrohre? Tut mir das bitte nicht an. Ich will doch nur ins Ziel. Ist so schwer zu verstehen. Das Ziel, Leute. Oh Gott, Mülltonnen. Doomtonnen. Oh, ich habe die Mülltonne nicht gesehen. Okay, ich mache an dieser Stelle wohl einen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal, wahrscheinlich heute auch nochmal. Je nachdem, wann ihr das halt eben schaut. Ich möchte nämlich heute fertig werden. Wahrscheinlich wären es vier Parts, weil das ist jetzt der dritte Part, den ich heute hochlauen würde. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Bit Trip Runner wieder. Toll, jetzt habe ich es geschafft. Wenn es wenigstens einen Punkt geben würde, wo ich abcutten könnte und dann direkt weiterlaufen. Das wäre nämlich wunderbar. Aber jetzt geht es leider nicht. Das geht überhaupt nicht. Jetzt muss ich hier fertig rennen, Leute. Es tut mir leid. Ich schalte die Q-Warts an sich genommen. Ich vermisse Meat Boy. Mülltonne, Mülltonne, Mülltonne. Und Block, und Jump, und Jump. Ah. Nein, Jumpen hat nicht funktioniert. Danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Bitrip Runner wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschau Leute.